Hallo, willkommen in meinem Sprachlernspiel. Suche ein Bild aus und tippe auf die gesuchten Gegenstände. Durch Drücken des Bären kannst du die Sprache jederzeit wechseln. Trousers Le Chien Der Roboter Lege die Dinge an die richtige Position zurück. Gestalte deine eigenen Bilder und entdecke den Sternenzauber. Untertitelung des ZDF, 2020